Ich hab heute eine Runde H&G gespielt. Ne. Wie war es? Ach nein, ich hab gewonnen. Haha. Was hat die? War erstaunlich knapp. Ich hab keinen einzigen von beiden Teams gekannt von den Namen her. Noch niemand gesehen. Nice. Und doch war Not gegen Edelnd allerdings gar nicht. Im Army Team war doch ich einen Level 17er drin, der Rest irgendwie alles unter Level 12 Bobs. Mein eigenes Team hatte irgendwie... Einer hatte glaube ich einen SDG, der Rest mit Gewehr 43 und Zeug rumgerallen. Richtig schlecht. Ich hab zwischendurch mit der B40 wie ein Haus und zwölf Kids lang gehalten und mich dann doch mal umgekippt. Schön. Da kam auch keiner nach. So. Hier sind... Verteidiger, wie es aussieht. Ist mir schön ein Flugzeug gesaved hier. Nice. Oh Gott, ich hab kein... Ich kann mein Flugzeug... Ja, ich muss das raushappen. Was ist denn mein Fahrzeugabwehrkit? Was mach ich denn damit? Was? Was ist denn das Fahrzeugabwehrkit? Das hast du so ne Panzer... Panzer gewährst du. Okay. Dann werde ich mal mit Panzer herangehen. Ja, genau. Das war ganz wichtig. Das war ganz wichtig. Das bördert mich mal 10 Minuten am Gehalt. Da kommt er so erst für den Raster. Das stimmt. Da bin ich da stundenlang hinter der A ran. Hm. Ich erinnere mich. Das ist der Panzer schon kaputt von denen. Schade. Wie du das sagst, dann komm ich an. Ich hab die Idee. Was denn? Sie sind behinderte Flakten. Ich krieg einen Schuss ab. Einser ist mein Flügel kaputt. Ich kann nicht mehr steuern. Wett. Einfach ab. Ich kann mich so vergessen. Du bist behindert. Aufpassen. Feindlicher Sperger gesichtet. Was ist denn hier mit B? Von rechts kommt grad. Ich renn schon wieder viel zu nah ran. Das cool ist, da war nur ein einziger, der verteidigt hat. Der hat auch nur geschossen. Was ist denn da? Da wo ich grad runterrolle, liegt noch ein Typ. Was ist denn da? Der hat einen Clap-Trap gemalt. Ist ja cool. Kein Fall noch mit der... Die Bodenvertiefung. Ich würde ja gerne das bohren. Wahrscheinlich nicht mit dem Setup, sondern lieber damit. Wir haben beide Dinger verloren. Ja. Ich denk jetzt hier mit nem... Naja, großartig. Ach. Tja, ja. Ähm... Weiß nicht, ah und geht es. Bestimmt total interessant, äh, noch zu spielen in nächster Zeit aber. Äh... Long Range. Warte mal hier. Was hier noch? Kämpfer? O inimigo sta avansando. O inimigo sta avansando. O inimigo sta avansando. Ich muss jetzt die Flugsäge nicht auf We-Cam? Ich muss jetzt die Flugsäge nicht auf We-Cam? das war jetzt gerade nicht so meine glanzleistung gebe ich zu am rande des reichs wasch da fährt auch ein passerei vorbei schließlich zu sehen wo ist der panzer direkt auf die fallen das problem ist dass ich habe meine empfindlichkeit von dem fahrzeug fahren deutlich erhöht das war ein fehler also gerade für flugzeugen hat ja auch nicht ich habe den ganzen tag schon seit ich angefangen zu spielen habe ich die quest drei kopftreiber mit dem selbstladegewehr zu machen ich habe noch nicht ein davon stück dran das macht dann unser panzer da sieht er die infanterie nicht jetzt würde dann ja da brauchen wir uns an die panzer hier wäre go play minecraft denn ich finde das ist ein sinnvoller vorschlag lucky war die ganze zeit hier schön das muss ich für die dinge auch in den genau nach mir überhaupt noch was hier heute Ich glaube nicht. Steht jetzt der Stier so komischer Wasser da drinnen in der Bude. Wir drehen im OP. Panzer eigentlich sprengt. Wo soll ich? Ach ja. Hält mir den Burschner nicht spawnen? Nein. Welchen Keller bin ich denn hier schon hier gelandet? Ach, Soldaten. Mit 4 HP lebt der da noch hin auch. Das Wetter könnte besser sein, sag ich mal. So ein bisschen. War ich schon mal? Ja. War ich schon mal besser erlebt. Das ist ein Wetter. Warum gehen wir noch einmal Deutsch? Wir waren noch grad bei Portugiesisch. Ja. Und das Tor ist ja nicht mal zu. Das ist ja ärgerlich. Machst du. Jetzt. Ich stehe quasi perfekt. Eigentlich. Das Problem ist, dass ich hier kein Feind. Das Problem ist, dass ich hier kein Feind. Hä. Flumm. Gute Nacht MB. Ja, hast du das schon? Reiter schon aufgehört? Oh, mal auf den Bauern. Oh, ein Kabelriss reitet hier einfach um ihn auf. Ach ja, was? Na gut, wie war das? Was? Was? Was schießt denn da? Also das Nachladen sieht ja schon recht episch aus mit diesen. Flumm. Hm. Immer kommt hier auch wie nix mehr. Beginnt doch mal an. Wie ist denn jetzt die scheiß Bombe schon? Ja. Ja. Ja, sie haben mich eingestreckt. Das killst du doch nicht. Noch einen Kopf drücken, dann hab ich's. Da ist noch einer drinne. Zwei. Nein. Nein. Nein, er ist mich tot. Boah. Ah, jetzt bin ich tot. Ah, hinter mir ist ein Typ. Ach, das hat ihn gleich wieder scharf. Sitz in der Ecke. Er ist tot. Er ist tot. Ist ja gerade sicher, dass aus nix formiert ist. Wie schön, was? Ach so, das sind die einfach hart. Wir haben so viele drin. Irgendwas auf dem Gebäude rum. Hinter dir, hinter dir. Peps, hinter dir. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Shotgun time. Boah, die Brandgranate. Hallo, ich bin bei Fuchs spawnen. Hallo, das bin ich. Einziges Pump mich verfügbar. Einer sitzt in einem Fuggerät. Bei A? Ja. Da brennt einer ab vom Gerät. Der brennt ab. Abgebrannt ab vom Gerät. Oh, es liegt ja auch einer Brandgranate. Ich glaube, das ist ein Fall für die... Oh, wo kommt der denn? Aus unserem Spawn kommt der gelaufen. Ey. Komm schon Fuchs, komm schon Fuchs. Was? Ist doch defused. Hier, erste Hilfe. Bist defused. Nochmal Gas. Bist defused. Ja. Ich hab die Hilfe. Ich hab die Hilfe. Medic wär hier mal cool drin. Hab ich. Ihr mal eine erste Hilfe. Geheil, vom Burnout. Danke. Ich hab bei Bay unten im Turm, hab ich den Eingang. Ja gut, wenn da was... Ja gut, wenn da... Ich hab mal was drin gelegt. Einfach was drin hauen, dann explodiert hier alles nachher. Wo bin ich denn hier? Das ist markiert. Zum Haupttor kommen Leute. Ach scheiß, ich hab die Recoli-Krie noch drinnen. Verdammt! Von hin, von hin. Ich will ja bitte mal sterben. Oh nein! Mehr Granaten. Äh, versucht er dich zu finden. Jetzt liegt er im Eingang direkt. Naja. Soll ich laufen? Ja, laufen. Da kommt sich doch ein Lündner. Ich dachte, ich schaff's noch. Auf einmal spawnen da 5 Leute vor mir. Soll ich mal beim Fuchs hier zu spawnen? Ja, das klappt. Ah, du. Ah, hat neu geklappt. Achtung, genau. Ich muss mir einen Rätsel wie die Typen noch spawnen können, wirst du das? Wirst du doch mal die Schrufe bekommen. Holy shit, war das knapp. Oh man, ey, dass die hinter uns doch immer sind. Das ist so nervig. Was ist denn was Kinders? Wir kaufen mal eben die Schrufe. Ich komme halt um alle Seiten rinnen, naja. Wir gehen noch was machen. Oh, ist Quatsch. Ja, ich bin nicht ein bisschen. Ich bin ein bisschen auf Spawn, bei ihm. Da ist einer. Oh. Ein bisschen Schärf doch! Hölle! Grüße. Ein bisschen Schärf. Oh, gerad! Desarmamos Objetivo Alpha. Nice. Nice. Gut, draußen ist ja wieder schönes Wetter geworden. Ja. Vor allem Griechlecht fährt er benachrichtig. In Teams legen wir aber leider hier in Trennung die Leute. Muss ich auch nicht mehr so überweisen. Ja, er ist halt reingelogen. Was ist denn hier los? Ja. Jawoll! Wir können's doch! Oh! Gerade so noch. Die die Easy schreibt da Löl. Das ist einfach nur um die Leute zu provozieren. Dann schließe ich mich doch gleich an. Easy. Ein Bob-Man-Chef-Bahn hat läuft bei dir. Gibt bei mir nur zwei oder drei? Drei. Mach den. Ja, wenn's sonst keiner macht. Der andere Typ stand der nutzt das daneben während das Ding abgebrannt ist. Ah, das stimmt. Willst du von mir? Nein, ich weiß. Wollen wir runter spielen? Ja. 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 Wie ist er so ein bisschen bei dir? Speck ist er. Juhu, ich hab das bekommen. Bist du nicht ehrlich? Auf geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017